Da krieg ich doch's kotzen alle! Kott! 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 So... Also wir können jetzt einfach hier hingehen und so... Ah fuck Warte mal, so... Oh nein, was hab ich getan? Oh nein, was hab ich getan? So... So... Alles klar... So... Hmm. Hmm, also ist das auch nicht gewollt. So, Moment mal. So, alles klar. So, dann nehmen wir den, den mit dem, zack. So, dann nehmen wir den, den mit dem, zack. So, dann nehmen wir den mit dem, zack. So, dann nehmen wir den mit dem, zack. Okay. So, Moment mal. So, alles klar. So, funktioniert das also auch nicht. So, Moment mal. So. So, was für einen Sinn macht das? So, okay. 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 So, Moment. Jetzt können wir das hier weg tun. So, we'll see. So, okay. So, okay. So, okay. So. So, okay. So, okay. So komm jetzt aber wenn man das sind doch echt bingel kinder alter hmm Hm, ne so klappt das auch nicht. Was zum Teufel muss ich denn hier tun? Aber ohne das geht's auch auf keinen Fall. Ohne den einen... Ohne den geht's einfach nicht. Ohne den Block. Ich versteh nicht, was mir... was... 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 was hieraus resultieren soll. Warum sollte ich hier hinten Konnektoren verschwenden? Für was? Ich check's gerade nicht. Wir fangen nochmal von vorne an. Also da haben wir einen Konnektor hinter, ne? Eins, zwei, drei... Okay. Das ist eins, zwei... Und wir haben insgesamt drei Konnektoren. So weit, so gut. Das bringt es mir aber, wenn ich von dieser Stromquelle hier Strom... nehme. Hier brauche ich... ein extra Konnektor, damit überhaupt dieser Gang hier offen ist. Das macht für mich alles keinen Sinn. Das ist für mich alles sinnlos, krank, bescheuert. Das ergibt keinen Sinn für mich. Hm. Nee. Komm ich nicht weiter. Toll. Hm. 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 Also erstmal machen wir das so. Und so. Damit wir erstmal einen... einen weiteren Konnektor haben. Diesen weiteren Konnektor kann ich jetzt hier mit verbinden. So. Hm. Hm. Okay. so dann haben wir jetzt genau dasselbe problem wieder nee fickt euch alter ich hab kein bock mehr fickt auf dieses rätsel mach ich später vielleicht mal irgendwann so ohne spaß kann man sich ja nicht antun dieses rätsel so ich guck mal in die anderen rätsel rein vielleicht sind die ein bisschen einfacher gucken wir mal gucken wir mal man muss dann wieder im walkthrough nachgucken wie das rätsel lösbar ist nervt mich manchmal ein bisschen das ist so dunkel ich kann überhaupt nicht in ja Ah ja, hier. Bis? Wo fehlen denn bitteschön noch Sterne? Ich habe alle Sterne gemacht. Verstehe ich nicht. Komme ich Sterne noch dazu, wenn ich die Sonderrätsel alle mache? Hier habe ich doch alle Sterne. Wenn ich das richtig sehe, da... Da... Warte mal, ist in diesen Welten hier auch... Sind in diesen Welten etwa auch noch Sterne? Das wird nämlich hinkommen. Fehlen nämlich drei Stück. So, da ist eine rote Quelle. Gehen wir mal hier hinten lang. Da ist tatsächlich ein Stern. So lieben wir werden durch die Erdgründe von Zeiten und Raum gedreht und doch kennt wahre Liebe keine Hindernisse. Alter... ... ... ... ... Alter, ist das sicker Shit. Okay. Also in den drei... ...Helferwelten... ... ... ... ... ... Gucken wir mal, ob wir die auch noch finden. Bei C habe ich es jetzt. Sind hier vielleicht mehrere. Obwohl es wird keinen Sinn machen. Bis zum nächsten Mal.